ja hallo leute hier ist dr mit bonsai von den deutschen veteranen battlefield 4 live event na das kann ja was werden mit den dv also wir mit den omgs und natürlich mit dem mr helm der nun der helm kommt später in den ts die sind jetzt am live stream kommentieren und ich schalte auch direkt in den ts und dann schauen wir mal was das ganze heute abend wird hier wünsche allen viel spaß beim zuschauen action ja 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 woher ich markiere so er ist ausgestiegen ich markiere ist runter in den Keller ach das von der Helmy persönlich Checkpoint muss jetzt auch noch ein Shit Ups B war B Roger B ich markiere B Nein Hubschrauber bei B Hubschrauber auf Heli über uns hab ihn drin der hat zwei Rapper drauf der Seger Hubschrauber 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 Niedaro Hubschrauber 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 ja ja läuft alles läuft alles ja mensch erstes battlefield live events und auch in diesem jahr das war ein jude von hinten meine fremd hat eine jüdische fahne verläuft einer mit c4 durch die gegend rechtes gebäude er hat versucht mal die ziele zu markieren ich hab ihn müsste eigentlich angezeigt werden negativ heißt auf alter boah okay wenn ihr bravo eingenommen habt delta kümmer mich drum kümmert ihr euch um delta und charlie ich gehe zurück zu foxtrot ich hänge gerade bei f fest aber der hat eine lav geschnappt da ist noch einer im gebäude kümmer mich gesichtet beide weg der jetzt da ist er da ist draußen ah shit wohin nach da auf zu fuß weiter nein spitze ne idee scheiß elli wie kann man mit der packung in klein kriegen das wollen wir hören die du weißt ne auf die leute mit dem weissen kreuz am ärmchen darf man nicht schießen du wolltest wohl mit der gelben Binde sagen ich dachte ich wäre ein Baum du siehst mich nicht der Commander lässt aber ganz schön was fallen ja wir haben kein Commander ich habe doch kein Delta ich habe gar keine der Sieger ja auch mittlerweile schon Stammspieler bei uns ja ich kriege gar nicht kleine der flack so und natürlich auch an die Leute am Livestream jetzt willkommen viel Spaß beim Zuschauen da läuft der Helm ohne Helm bravo blinkt der Trinker warum schreist du mich so an? er ist ja mittendrin anstatt nur dabei ne? aber ich bin sensibel und herzkrank ja und ein Wunschkind äh nein das glaubt nein 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 das schwarze Schaf auha papa habe 2 mal meine Mama fertig du hast 2 mal meine Mama fertig gemacht ja also super naaa es ist dann Finger weg ja ja nimm den Pfoten jetzt weg du geht da aber mal nach bravo ne ja bravo ne ja bravo Kinder sind das schön ja oder Charli erst mal schalig wenn bei der hilfe brauchen irgendwo jemand rum ich kann noch keinen schein hier wir müssen zusammenbleiben wir müssen zusammenbleiben Scheiße! Mir wurde der Arsch aufgerissen! Hör auf, oben drüber! Hör nicht, hör nicht, hör nicht Ich brauch ne andere Waffe. Die AFB ist doch nicht so toll. Ähm... Okay. Delta, Delta! ELA gibt's Ratten, nicht wahr? Boah! Alex, um mit dem Channel bei ihr... Vorsicht, jawoll! Okay, ELA, V bei Delta! Ja! Na, fucken! Hat aber schon ein paar Minen abgekriegt. Bin down! Wer nicht? Bitte! Oh nein! Wieder der Trinker! Boah, ELA! Kommt ein ELA rein! Kopp! Pfeip... Koppel! Man... Fokofokus, Delta haben wir. Auf zu Bravo. Oh Mann, ne, ist schon wieder weggepustet worden. Ja, das geht schnell. Feindlicher Heli bei Delta. Okay, vor, 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 vor. Ein Heli, glaube ich. Boah. Ja, ein Heli bei Bravo. Ich bin bei Bravo. Ein kleiner schwebt. Weißt du uns. Wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert. Jone Baby, du musst bei uns aufschließen. Ja, trau mich nicht weg. Ich trau mich nicht weg. Ja, da, bleib bei uns. Hahaha, ihr habt mich verlassen. Hahaha. Ah, das. Roger, ich markier Alpha. War auf Heli hinter uns. So, Roger. Okay, Roger. Der will Soldaten absetzen. Kampf Heli ist dabei. Jawohl. Jawohl, komm, 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 komm. Ah. Okay, Bravo, ignorieren. Weiter zur Alpha. Okay. Ach, der, ne, darum. Komm, bei mir, der, ne. Ja. War auch sehr schlecht, dass, äh, die Feinde mithören hier, ja. Ja, gut, das ist, äh, ein kleines Problem, aber kein großes Problem. Kann aber leider nicht wechseln. Da schieb ihn rüber, so ist, dann schmeiß ich den Data Xerox raus. Weil, äh, ja, ich kann nicht in Spinning Team joinen. Okay, Danny, bist du bereit? Dann schmeiß ich gleich den, Xerox, äh, den Data raus. Ja, ich geh auch mal raus, würd ich sagen. Wieso muss ich bereit sein? Äh, ja, einer von euch hat das Bruch war. Achso. Okay, ich setz den raus. So, was soll ich machen? Wer, was, wohin? Äh, den Daro. Oder wer war das? Judge Brandborn, mach. Ach, den Judgey, ja. Dann haut den Judgey rein. Ich glaub, hier ist auch ne Drohne, ne? Ist der ein Tank, oder was? So, der Judge ist jetzt bei uns. Roger. Bravo. Ja. Mein Kamera ist heute getroffen. Über uns. Ja. Einen hab ich oben bei Alpha? Judge, dann sind wir ja Squad Alpha. Da ist er drin, jawohl. Ja, da kam noch einer dazu. Das gibt's nicht, ey. Wo war man hin? Hi, Moment, ich bin down. Ich bin schnell bei dir. Ich bin... Wo war man bei dir? Ja, ich hab da rein, genau. Weiß Fluss bauen. Okay, Delta. Kommt man hier wieder nicht rüber, ne? Oh Mann, oh Scheiße. Das ist ein heimlicher Panzer, westlich deiner Stellung. Pass nach oben auch. Jawohl. Meistliche Rakete wurde abgefeuert. Oben ist keiner. Beschuss. Hat jemand gesehen von was? Oh, bei Treppe. Oh, oh, oh. Einen hab ich. Ah, Sniper hat mich oben an der Presse. Bei Delta oben an der Presse. Geht nach unten. Wir kontrollieren jetzt einen, der zählt Delta. Läuft Richtung Treppe, Charlie. LRW kommt. Wo, 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 wo. Tja. Tja. Feuerunterstützung ist unterwegs. Andriff aufrecht erhalten. Achtung, von hinten kommen sie. Von B. Zwo. Ah, zwei Elemente, ey. Ich switche um auf Pio. Boah. Na? Das hab ich nicht gesehen. Oh, zwei Stück, ey. Hahaha. So, die wird schon wieder. Von wo? Ja, wir haben ein Sniper auf dem Dach bei Delta. Ja, das Problem ist, hier sind immer noch die LRVs, ja. Das gibt's nicht, ey. Jedes Mal wirst du vom Heli erschlagen. Ja, Rocco hat einen Vorteil, er hat schon zwei Stunden gespielt. Der ist warm, der ist, der ist warm, ne? Rocco ist schon warm, die Maus glüht. Der Delta fragt, ob wir noch das hier mitmachen. Nö, nö. Äh, was meint er damit? Hüftkötchen. Okay, Charlie, Charlie, Charlie. Schreibe ihm einfach, äh, nach dem Event können wir gerne drüber sprechen, jetzt nicht. Der Säger. Okay, jetzt, ähm... Achtung! Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Das gibt es nicht, halt. Granaten. Okay, ich brauche ein anderes Scope. Okay, Echo spawn. Roger. Clown uns alles weg, du. Bei Echo, zwei Soldaten, einer rennt Richtung Waggon. Ist er down? Ja. Ist down, ist down. Okay, Charlie, fokus. Einer, ne? Achtung! Achtung am Zaun! Am Buck... Der läuft jetzt Richtung Bucka. Ey, wo? Wo? Oh ja, der wäre fast bei ihm gefahren. Komm, putti, 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 putti. Und schnabbel die Messer, Sergeant Lepster. Äh, eh, Schneiber. Nein, wie ich mir überdachte. Keinliche Ratsch. Alter, ja. LRV zwischen Echo und Charlie. Ist kaputt. Wir müssen zusehen, dass wir, direkt wenn wir sterben, spawnen. Auch wenn es nicht beim Teammate ist. Sonst verlieren wir die Perks, ja? Roger. Ist immer einer am Leben bleiben, von Cloth, quasi. Echo, Echo. Boah. Greift jetzt das Einsatzziel an. Wer ist gerade bei Ed? Keine Ahnung. Nemesis ist da. Das wird gerade hoch und das heißt... Zwischen dem Panzer und bei Echo. Läuft jetzt Richtung Container. Echo. Ja, wir kommen sofort. Aktuell noch bei C. Roger. Nehmt Charlie ein. Echo wird eingenommen. Jawohl, dann laufen wir rüber nach D. Richtung, Richtung, ja. Was bitte? Einer ist da. Ist der im Waggon da oder auch? Alter, was ist das denn? Warum geht der nicht kaputt? Nach Dauer da. Dann habe ich da kommen noch zwei davon jetzt. Roger. Einsatz in Echo wurde erobert. Achtung, feindliche Rakete. Nehmt nach vorne. Ich habe es nicht verstanden zu dem feindlichen Konzern. Esst nicht hin. Ha 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 ha. Sehr richtig, ey. Willst ihr mich verarschen? Oh, da geht das. Oh, ho ho ho. Oh, bei Echo ist Disaster. Aber auch richtig böse. Allein LRV. Was war bei Charlie los? Ich habe bei Echo. Bro, für Scheiße. Der große Kacke am Dampfen, ne? Hilfe. Einsatze, sie wählt es jetzt. Und von Power, aber kommt rein. Weiß, wie heißt jemand, was bei App los ist? Negativ. Geht ruhig aus. Ja, Foxhots ist eingenommen. Ja, ja. Ist ruhig, ne? Ja, ja. Das kann nur von einem kommen. Da sind noch zwei bei Charlie drin. Roger. Bleib am Leben, jawohl. Ich spawn bei Charlie Delta. Delta. Die rocken uns ganz schön weg, du. Aber noch führen wir ganz knapp. Das gibt's nicht. Jawoll, ich habe ihr gekriegt. Komm, einer. V-down. Da, wo's kein. 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 Oh, die haben uns auch nicht gebügelt. Ähm, bravo. Alles weg. Von bravo. Zurück Richtung Delta. Verteil dich dieses Einsatzziel. Ja, bravo geht gerade weg. Ja, ja. Erstmal bei Bravos Bahn. Die sitzen bestimmt irgendwo in den. Ich habe sich Kontakt. Ich kann nicht mal. Letztlich deine aktuellen Position. Richtung Delta. Gebäude Richtung Delta. Sniper. Ich habe eine Futtergranate. Ich habe eine Futtergranate. Flütsch die Pille. Habe ich. Roger. Habe ich. Roger, okay. Habe ich. Delta nächstes Ziel. Habe ich. Achtung. Achtung. Feindliche Drohne in der Luft. Bei der Helix von uns, der da gerade abgestürzt ist. Nein, Gegner. LRV. Jawohl. Ich sterb hier nur echt. Das ist scheiße. Ich habe ihn gesehen. Also gesagt, er mich. Ich bin bei Delta. Roger. Spawned bei dir, Danny. Überleb, 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 überleb. Wir kommen richtig zu dir jetzt. So, wo seid denn alle? Bei Delta. Bei Delta? Wir haben vielleicht gar nichts mehr. Das war nicht schon mal was. Überleb, überleb, Flo. Überleb, Flo. Der hat auch eingefahren. Ach, für einen neuen mit Waffe, ey. Ach, komm. Okay. Okay. Nee. Homebase spawn. Homebase spawn. Ich habe den feindlichen Helikopter genau südlich deiner Stellung gesichert. So. Hey, schon wieder. Boah. Boah. Die ficken uns richtig, du. Hey, was habt ihr anderes erwartet, muah. Hey, was mehr Spucke? Hey, was mehr Spucke? Hey, was mehr Spucke? Das gibt es einfach nicht, ey. Dreckssturm geladen. Das ist gar kein Durchkommen. Ich sie hasse. Okay. Echo, echo. Von allen beiden, egal wie. Doch, 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 doch. Das geht alles. Wofür wollen wir denn voten? Ich bin für ein Vote. Goldmunt Railway. Ja. Das ist die, äh... Goldmunt Bahn? Ja, Shift, Shift 7 und die 3. Shift 7 ist aber kill jetzt fix. Ja, aber da war Shift 7 und dann die 3. Es gibt, dass ich wieder zurück diese Uhr rein. Ich spaw mal F. Ich spaw bei Foxtrot. Was machen die anderen noch? Guck mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die haben es noch. Unwichtig. Wird nicht, ey. Alter, scheppert das hier, ey. Ja, okay. Echo. Nächstes Ziel ist Echo. Panzer kommt nach F. Überlegt. Roger. Weiter weg. Vorne. Zerstört. Panzer ist down? Jop. Altmetall. Boah. Oh, danke mein Schatz. So. Da läuft er. Ich habe ein bisschen Kontakt. Als F kriegst du nicht unter Kontrolle irgendwie. Okay, auf zur Echo. Wir müssen zusammenbleiben. Jesus ist weg. Boah. Oh, ich habe ein Rumpf. Ich habe ein Rumpf. Oh, scheiße. Das sind viele. ja ok echo wird genommen delta ist das nächste ziel was genommen wird ok charlie feindlicher heli umkreis kleine puls von mir ich bin gemessert und gordon freeman ne gordon freeman 6 wir müssen zusammen bleiben das heißt wir müssen auch zusammen spawnen weil sonst hat er keine chance ich bin ich würde ja glaubt ihr mögt mich nicht nur gesagt alles gut ich bin nur bei nun im squad gerade achso ok charlie ist genommen soll ich rausgehen aus der alfa ne ist alles ok charlie ist gleich wieder weg charlie ja vier mann fünf mann bei charlie multi bei charlie echo ist schon wieder weg das gibt es nicht verdammte schießt einer schießt nicht der nächste das denkt man action aber diesmal wurde ich aufgehoben ich kann weiterkampf pflastern mit hello kitty drauf ein wo wo der Das ist ein Heckenholter, ey. Lass uns mal das andersrum, das ist Quatsch. Lass mal PA. Okay, ich sitze jetzt im Fahrzeug-Squad bei mir. Lass die Daten eiern. Und wir laufen Richtung Alpha. Jetzt unten drin. Ja, wenn man das Alpha-Squad will, ich gehe jetzt raus. Achtung. Jetzt. Alter, das ist doch echt nicht roh, das ist doch der Wahnsinn hier. Das ist doch geil, das nennt man Action. Oh, man kann kein Auto fahren. Gesoffen? Mahlzeit. Warum frage ich eigentlich? Hat Rocco wieder am Wein gerochen, oder? Jawoll. An Himbeergeist hat er gerochen. Ja, an Himbeergeist. Rot, mein Trocken. Bäh. Da schmeckt auch die alte Fusssorge. Ach, ja. Haben wir mal geführt, ne? Los, Alpha, 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 Alpha. Damals, erinnert sich noch. Bond bei Papa. Wir sind bei Alpha. Bleib drin, bleib drin am MG. Äh. Ich geh rein. Ich geh rein. Oh, schade, wir kriegen einen sowas auf die Fresse. Ich geh rein. Ich geh rein. Oh, schade, wir kriegen einen sowas auf die Fresse. Ja, aber ist wohl lustig. Voll auf die Fresse. Klickt komisch, ist aber so. Mann, das Ganze auch noch nüchtern, verdammt. Ja. Das würde ich sagen unter, äh, Einstufung peinlich. Warum? Weil, weil man nüchtern eigentlich schlechter, äh, besser schießen muss als besoffen. Ja. Oh, ich saug mal kurz für ne Ausrede. Trotzdem waren wir A-Squad, obwohl wir verloren haben. Geil, oder? Ja, wir haben auch gut zusammengespielt, ja. Ja. So, dann mach ich hier einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich wieder.